...läuft noch bis zum 10. Februar. Natur haben auch Sie sich auf die... Geht das überhaupt? Aber was ist denn heute wirklich los? Was ist denn da irgendwie gewesen? Weiß man nicht. Bitte? Danke! Das ist eine super Idee. In der Sendung. Spitze! Das ist ein Spatz. Das ist halt wirklich los. Ich will in Zukunft so ein Rotlicht sein. Ja, aber es scheint die Leute nicht abzuhalten, oder? Na gut, aber macht das jetzt nichts, wenn wir das teilen? Also, okay. Okay, gut. Ja. Aber ich muss mir trotzdem überlegen, weil ich habe mir das nämlich viel nicht ausformuliert. Das hätte mich sowieso, glaube ich, hier geschmissen. Und der Ausstellungskatalopäer Kirkeby, das Kunsthäre Krems gehört da raus. Deswegen habe ich mich sowieso... Ich hätte mich ohnehin, glaube ich, verlesen. Das ist der Ausstellungskatalopäer Kirkeby herausgegeben von Florian Steininger, erschienen im Verlag, und die Ausstellung ist bis und so. Danke. Ich habe es mir selber ver... I pissed on my chips, würde Lars von Trier sagen. Ich habe es mir selber nicht mitzuhalten. Okay. Jetzt aber. Bin gespannt, ob jetzt noch irgendeine Überraschung kommt. So. Und das ist der Ausstellungskatalog per Kirkeby, herausgegeben von Florian Steininger, erschienen im Verlag für moderne Kunst. Die Ausstellung in Krems läuft noch bis 10. Februar. Natur haben auch sie sich auf die Fahnen geheftet. Abseits der breiten Öffentlichkeit hat das... Was ist der Ausstellungskatalog per Kirkeby, herausgegeben von Florian Steininger? dramAP?